Ah, oh, what? Nooo! Zombies, nein! Wo, wo, wo? Wo sind die Zombies? Nein! Kann ich da draufklicken und dann... Oh, ne, doch nicht. Willkommen zurück zu SimCity. So, irgendwie hat es ein Update gegeben, habe ich gesehen, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob sie da wirklich sowas Besonderes, jedenfalls hat es Origin irgendwas bei SimCity aktualisiert, aber ich glaube, da wird jetzt nichts Besonderes gewesen sein, wahrscheinlich. Das würde mich jetzt stark wundern, eigentlich. Aber egal, lasst uns weitermachen mit unserer wunderschönen Region und Mountains of YouTube. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwas von der neuen Stadt gelabert in der letzten Folge, ist schon so lange her, Leute. Ich muss jetzt eh wieder gucken, wer ich jetzt mal ausgesetzt habe, eine Weile. Ich weiß nicht, ob ich da von der neuen Stadt gelabert habe, aber ich glaube mal nicht, weil hier sieht es ziemlich aktiv aus. Eigentlich voll schön, so. Das Kohlekraftwerk halt noch, ne? Aber ich glaube, das ist halt eh nicht mehr lange, also... Und dann machen wir halt ein paar Sachen. Läuft. So, mal gucken, was haben wir denn alles noch? Hm, Kohle. Nee, Erz. Kohle. Uiuiui. Wird schon wenig, ja? Also das ist hier schon in Richtung das hier. Eigentlich ganz gut, aber naja. Ich meine, Geld hat es ja gebracht, das Kraftwerk. Äh, oder der Bergbau-Ding da. Aber jetzt kommen schon langsam die Hochhäuser, wa? Hier so. Sie kommen, sie kommen, endlich sie kommen. Muss man ja dazu sagen, hat ja ein bisschen gedauert. Ich muss mal die Steuern erhöhen. Sorry. Aber ich habe immer eigentlich auf elf. So, tut mir leid, aber ist leider so. So, was machen die hier? Die bauen auch aus. Okay. Und das Windkraftwerk reicht Strom eigentlich gerade so? Scheint alles okay zu sein eigentlich, oder? Akademie? Oh, wir haben Plus in der Akademie. Das hätte ich auch nicht gedacht, dann. Aber trotzdem noch langsam mehr Forschungen. Aber wir haben Plus, das ist gut. Das gefällt mir. Also, anscheinend haben wir gerade wenig Probleme. Konzert, okay. Haben wir auch noch. Also, hier will ich auf jeden Fall mal keine Megatürme bauen. So viel soll schon mal gesagt sein. Sondern eine reine Stadt einfach nur. Ich glaube, Megatürme sind dann nämlich einfach unnötig. Ach, voll das schöne Gebäude, aber keine Arbeiter drin. Ach, sowas hasse ich immer. Sowas hasse ich immer. Kohlekraftwerk. Fast voll eigentlich, ne? Hier sowas. Wir haben hier eh nur noch. Und wo war der Umschlagplatz? Da. Oha. Export, okay. Und dieser hier? Ich frag gar nicht. Ähm, ich spule mal ein bisschen vor, damit es schneller geht. Was auch immer dann schneller geht, egal. Hey, aber es wird schon wieder besser. Du, 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 du. Sieht eigentlich voll geil aus. Die Stadt hier so. Ist schon nice. Hm. In der zweiten Staffel werde ich auch thumbnailmäßig was verändern. Jetzt habe ich hier immer zum City das, 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 das. Also halt unter 1, unter 2 und verändere ich gerade nichts am Bild. Ähm. Ist zwar doof, aber hilft zur Zeit nicht, denn ich habe sonst ein bisschen viel Arbeit. Ich könnte es natürlich locker machen. Hm. Aber ich habe halt auch anders angefangen. Und will das jetzt erstmal in dieser ersten Staffel. Das ist ja... Oh, wir haben Plus. Yay. Wie auch immer das geschah, aber egal. Egal. Ähm. In der ersten Staffel, sage ich jetzt mal. Ähm. Will ich jetzt noch nichts thumbnailmäßig verändern. Derweil. Ich weiß auch nicht, wie lange die Staffel noch geht. Bis wir halt alles zugebaut haben. Muss man ja dazu sagen. Und... Dann sehen wir schon. Straßentechnisch tut es mir natürlich auch leid. Dass wir da nicht so besondere Sachen haben immer. Aber naja. Züge. Straßenbahnen. Nee. Das brauchen wir ja hier nicht. Ja gut. Vielleicht wäre es gut, aber... Fußbahnhof. Ein paar Dinge würden sich schon lohnen. Das muss ich schon zugeben. Aber... Andererseits dann auch wieder... Ausgaben und Ausgaben. Hier wird es eh schon wieder weniger. Aus irgendeinem Grund. Ich gucke mal wegen verlassener Gebäude. Nicht. Null. Ach, da arbeiten jetzt welche. Okay. Beziehungsweise sind Kunden da. Weiß ich jetzt nicht genau. Fahrrad für fünf Monate. Was? Okay. Wir müssen eigentlich... Sind die alle voll? Nein. Nee, sind nicht voll. Wir wollen keine Kohle-Lieferung. Ah. Oh. What? No. Zombies. Nein. Wo? 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 Wo sind die Zombies? Nein. Kann ich da draufklicken und dann... Oh. Nee. Doch nicht. Oh nein. Wo sind denn hier Zombies? Vor allem, wie kommen Zombies in unsere Stadt hier? Wo sind denn jetzt die Zombies? Zombies? Die verbrennen dann bei Tageslicht wieder. Weil sie langweilig ist? Geil. Aha. Hauptsache hier feiert alle. Hauptsache hier feiert alle. Ich hoffe, dass da nicht alle dann zu Zombies, ne? Und so. Ich wette, ich habe keine Ahnung, wo die Zombies kommen sollen, sein sollen. Aber letztes Mal haben sie ja nicht so viel angerichtet, aber ich weiß nicht, ob... Brandstiftung. Alter. Das ist mal kalt. Hm. Nicht genug Arbeiter. Oha. Jetzt geht's aber los hier. Zombie-Attacke. Hier waren die Zombies. Wo? Oh, da ist eine Schießerei. Zombie. Oh mein Gott. Nein, Zombie. Alter, die protestieren hier heißkalt, oder wie? Wir haben auch keine Zombies mehr, oder was? Also echt, wie dumm muss man sein bei so einem... Zombies laufen in der Stadt rum und wir protestieren. Yay. Herkunft Klinik? Was ist in dieser Klinik vor, Pfeffer? Hä? What the fuck? Was ist mit der... Was ist in... Oh. Was ist in der Klinik noch vorgefallen? Es kommen lauter Monster hier raus. Die ist halt am rumbacken. Oh mein Gott. Aber die kommen aus der Klinik, oder? Ja, Konf Klinik. Ich glaube, da ist in der Klinik ein bisschen was schiefgegangen, wa? Scheint nicht so gut gelaufen zu sein, in der Klinik jedenfalls. Und wir haben Minus. Noch eine Zombie-Attacke. Zombie-Attacke. Okay, das ist jetzt scheiße. Brand. Das war der Brandstifter. Zombie-Attacke. Oh oh. Da ist voll die Schießerei, Junge. Sind das alles Zombies? Ne. Aha. Das ist auf jeden Fall sehr ein Zombie. Oh. Das ist schon krass jetzt, diese Ding, ne? Ohne Strom? What? Zombie zerfallen. Aha. Acht Sims. Naja. Okay. Kann man noch. Naja. Irgendwie sind das nie sehr viele, leider. Was heißt leider? Ich bin eigentlich sehr glücklich darüber, aber eigentlich voll unlogisch. Oder die Polizei hat ihn einhalten können. Mann, ich habe immer das Gefühl, man hört mal eine Schlucke. Es sammelt sich immer so viel Spucke, wenn man redet. Kennt ihr wahrscheinlich. Oh, das war's schon mit der Folge. Danke fürs Zusehen. Ciao. Oh, ciao. Ciao.